Ich habe hier die Finest Black Lady mitgebracht. Sie ist eine achtjährige Stute von Finest und sie ist eine richtig verspielte, süße Maus. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Stutenreiter, sage ich mal. Ich habe auch einfach noch nie so wirklich viele gehabt, aber vielleicht ist sie ja jetzt die eine, die mein Herz erobert. Wir sind hier in Mannheim und gehen in der Nürnberger Burgbukal-Tour an den Start und wir freuen uns natürlich über so schöne Stallungen, dass unsere Pferde hier in festen Boxen stehen. Das ist natürlich für die Pferde auch echt schön. Iris ist schon echt ein Mädchen, sage ich mal, also eine echte Stute und das finde ich aber auch sehr schön an ihr und ich glaube, weil wir zwei Mädels sind, verstehen wir uns deswegen dann auch ganz gut, also es passt auf jeden Fall, ja. Und wir sind jetzt seit ungefähr zwei Jahren Paar, also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen besser und heute war es auch echt ganz gut. Wir konnten eigentlich das zeigen, was wir wollten und es hat echt Spaß gemacht zusammen. Ich würde sagen, wir helfen uns da gegenseitig ganz gut. Ich gebe ihr Sicherheit, sie gibt mir aber auch natürlich Sicherheit und dadurch glaube ich, können wir das zusammen ganz gut meistern. Das ist Grey Lamberto, das ist ein Neunjägerballer von Grey Planell und ich habe ihn jetzt das erste Mal zum Turnier mit dabei. Also wir haben ihn nur zum Training geritten und ich habe ihn noch gar nicht so lang. Wir lernen uns gerade richtig kennen, aber er ist echt einfach so eine coole Socke, würde ich mal sagen, ja.